Liebe Modellbahnfreunde, jetzt ist es sehr unschwer zu erkennen, wo wir uns befinden, nämlich bei Pico bei unserem Messerundgang 2017 hier in Nürnberg. Und an meiner Seite habe ich wieder den bewährten Gesprächspartner Dr. René F. Wülfer, den ich ganz herzlich begrüßen möchte an der Stelle und mich auch schon im Vorabmal bedanken, dass es so freundlich ist, uns die Neuheiten von Pico zu präsentieren. Allerdings muss man auch mit Anerkennung mal sagen, dass das vergangene Jahr für Pico ja eigentlich auch ganz toll gelaufen ist. Ja, ist toll gelaufen. Ich freue mich sehr, Herr Buttig, dass Sie heute wieder da sind. Ich erst. Und wie ich das eigentlich alle Jahre mache, darf ich zunächst mal unsere Modellbahnfreunde, die Freunde des Hauses Pico und die, die es werden wollen, ganz herzlich hier begrüßen. Und ich hoffe, dass wir, Herr Buttig und ich, Ihnen wieder einiges hier präsentieren können. Also, I want to have to welcome all our abroad friends who speak English all over the world. Welcome to Nürnberg, to the Nürnberg Toy Fair. And I'm happy to present you some new items of this year for the brand Pico. Thank you very much. Das ist noch nicht mal eine Ansage. Erste Frage, haben wir die Spickzettel bereitlegen? Spickzettel haben wir, natürlich haben wir Bereiche. Aber wir haben, er erzählt jetzt, dass er alle Neuheiten präsentieren will. Wir haben dieses Jahr 300 Neuheiten. Also, wenn wir das machen, dann kann eigentlich niemand anders mehr vorkommen. Aber wir beschränken uns auf die wichtigen, verspreche ich Ihnen. Spickzettel. Aber die Spickzettel, das sind so mindestens 50 Stück, die hier liegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay, bevor wir aber anfangen, die Neuheiten vorzustellen, liebe Modellbahnfreunde, wäre es ja ganz schlecht, einfach so schnöde anzufangen. Herr Wilfer hat ja gesagt, dass Pico ein gutes Team hat vor allen Dingen und dass dieses Team auch unheimlich klasse zusammenarbeitet. Das werden wir jetzt mal in einem knapp 20-minütigen Gespräch einmal testen. Ich darf doch mal so freundlich sein, jetzt unter meine Spickzettel zu greifen. Das ist die Aufgabe für den Doktor. Und die gleiche Aufgabe, also er kann das Team, den Telefonjoker sozusagen zur Hilfe nehmen, können im Hintergrund das ganze Rätsel lösen. Toll, was? Ja, und? Ja, rauskriegen und dann werden wir mal sehen, was da rauskommt. 15 und 15 ist wie viel? Nein, nein, das ist ein bisschen. 15 und 15? Das ist 30. Das sind 10 Zehen. Ach. Jetzt fang. Also, liebe Freunde, das werden wir mal jetzt, also der Zettel lasse ich mal hier, er kann jetzt... Ja, ich dachte, Sie wollen mir jetzt Fragen stellen. Wollte ich mal. Das wird nebenbei gelöst. Also das Team, das Team wird rangeholt. Kann mal jemand vom Team kommen? Frau Bergmann, Frau Leimert will keiner in die Kamera. Keiner. Kommt auch nicht in die Kamera. Das ist die Aufgabe für das Team zum Lösen während des Interviews. Wir suchen einen Begriff. Das ist ein Bilderrätsel. Ich brauche einen Messwagen bringen. Also, wie gesagt, Bilderrätsel lösen. Gut, prima. Habe ich ein Rätsel für den Herrn Putin? Und was macht er? So, jetzt geht es aber wirklich los. Jetzt geht es aber wirklich los. Jetzt gehen wir mal an das Eingemachte. Es gibt in Spur H0 eine wunderschöne E-Log und das ist die E10.3. Ja, E10.3, die Bügelfalte genannt, ist glaube ich eine ganz tolle Lok geworden. Das Besondere bei der Lok ist, dass wir sie im Januar angekündigt haben oder sagen wir mal Anfang Januar im neuen Katalog und sie ist bereits fertig. Sie steht in der Vitrine und wird im Januar ausgeliefert oder ist sogar im Januar schon ausgeliefert worden. Ich glaube, die ist schon unterwegs, die Lok. Ich habe das also auch schon so mitbekommen. Dann eine weitere Neuheitenvorstellung in H0, der ET oder die ET22 PKP. ET22 ist eine neue Elektro-Lok, eine sechsachsige. Ich glaube, das ist die meistgebaute E-Lok in Europa. Und unsere polnischen Freunde, die sind schon ganz heiß auf dieses Ding, steht auch schon da, ist fertig. Also noch nicht ganz fertig, aber man sieht also schon alle Details, die feinen Stromabnehmer, die tollen Lampen vorne. Und die wird wieder mit einem Plax 22 ausgestattet. Also glaube ich, wird viele Freunde finden. Und da gibt es ja auch sicherlich noch passende Wagen dazu, die bei Pico gibt, oder? Ja, wir haben jetzt auch einen neuen Güterwagen. Der ist auch im Januar ausgeliefert worden. Der 401 und noch irgendwas ist ein offener Güterwagen, so ein kleiner. Und ich glaube, war gut, haben wir auch vorher nicht gesagt. Wir haben ihn einfach gemacht und im Januar wurde er ausgeliefert. Also ich sehe schon, das sind schon fast keine Neuheiten. Das sind schon fast Altheiten, die wir hier vorstellen. Also insofern ist es schon ganz toll. Und das sagen ja auch die Kunden immer wieder über Pico, dass ihr also tatsächlich liefertreu und immer wieder zum Punkt die Sachen ausliefert. Ja, also da muss ich auch mal sagen, da danke ich meinen Mitarbeitern. Das ist nicht so ganz einfach. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr ungefähr 22 Formneuheiten. Jeden Monat kommen zwei Formneuheiten raus in H0, N, TT, auch welche in G. Und wir haben es eigentlich immer geschafft, die auf den Punkt oder naja, fast auf den Punkt auszuliefern. Letztes Jahr, da ist uns eine Lok sozusagen ausgerutscht. Das ist leider die ÖBB 1010 gewesen. Die wollten wir jetzt im Januar ausliefern. Aber vor der Auslieferung haben wir noch was entdeckt und haben es nochmal geändert. Kommt jetzt vermutlich Februar oder März raus. Lieber besser vorher ändern als hinterher Ärger haben, denke ich mal, oder? Ja, wir wollen eine gute Qualität machen. Die soll genau passen und da lieber mal einen Monat später ausliefern. War der einzige Ausrutscher. Na, wir werden aber sehen, wie das hier mit den Zetteln weitergeht. Also ich habe sicherlich was anderes drin. Also der IC Speisewagen RMZ 211 ist die nächste Neuheit. Ja, IC Speisewagen kommen auch raus. Haben wir eine ganze Serie ja gemacht dafür, oder? Glaube ich im Personenwagenbereich. Und kommen insgesamt fünf Stück raus in dieser Serie, in den IC Wagen. Und ich glaube, da haben wir relativ viele Freunde dafür, für dieses Modell auch. So, und dann wird es etwas schmutzig. Es sind Graffiti-Wagen. Da ärgern sich die Bahnen immer drüber, dass die Fahrzeuge beschmiert werden. Aber es ist ein wunderschönes Modell, das der Realität entspricht. Graffiti-Wagen, der Schiebeplanwagen, da haben wir drei Modelle, die als Set ausgeliefert werden. Da haben sich unsere Designer wirklich viel Mühe gegeben. Haben ein wunderschönes Modell gemacht. Beide Seiten sind unterschiedlich bedruckt von den jeweils von den drei Wagen. Ja, sehen attraktiv aus, sind auch noch gealtert. Also, ganz tolle Geschichte. Alles dran. Jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Wagen, dem Pico-Messwagen. Ich würde unser Team mal bitten, den Wagen uns rüber zu reichen. Wir arbeiten wirklich hier mit Händen und Füßen. Moment. Prima. So, der Pico-Messwagen. Was ist hier das Highlight und das Besondere? Also, Pico-Messwagen. Jetzt muss ich erst mal schauen. Ja, also man sieht es schon. Wird eingeschaltet, erst erscheint das Pico-Logo und dann erscheinen die einzelnen Daten. Also, der Pico-Messwagen ist, würde ich mal sagen, die Innovation im Bereich der Modellbahn dieses Jahr. Gab es noch nie so was. Der Messwagen kann anzeigen. Die Geschwindigkeit kann die Entfernung anzeigen. Kann die Steigung anzeigen. Kann die Neigung anzeigen. Und Sie können auch noch die Spannung prüfen. Also, das ist eine ideale Geschichte, wenn Sie also Ihre Modellbahn überprüfen wollen und nicht nur mit Bauchgefühl, na, da stimmt irgendwo was nicht. Mit dem Messwagen können Sie jetzt genau feststellen, an welcher Stelle ich ein Problem habe. Das ist einmal für bestehende Anlagen gut oder auch natürlich für neue Anlagen. Wenn Sie also eine neue Anlage bauen, nicht genau wissen, welche Steigung Sie machen können, da können Sie den Messwagen drüber fahren lassen. Dann sehen Sie, aha, hier habe ich drei Prozent. Wenn Sie den Gleiswendel bauen wollen, lassen Sie den laufen. Und Sie können genau feststellen, ob Sie überall die gleiche Steigung haben. Das Ganze kann dann auf eine App, auf ein Handy geladen werden. Sie können sich das anschauen. Sie haben auch die Möglichkeit, über ein Programm das auf den Computer zu bekommen. Können das dort abspeichern. Und was, sagen wir mal, für Freaks hochinteressant ist, Sie werden auch die Möglichkeit haben, digitale Steuerungen sichtbar zu machen. Also zum Beispiel, wenn Sie F6 drücken, dann zeigt er Ihnen in einem bestimmten Menü, zeigt er Ihnen an, F6 ist als Signal angekommen. Wenn also zum Beispiel die Lok nicht darauf reagiert, hat eine elektrische Kupplung, geht nicht. Schaue ich mal nach, aha, Signal ist angekommen, also liegt es an der Kupplung und nicht an dem Signal. Das sind alles so Geschichten, die wir jetzt in unserer neuen Elektronikabteilung hier eingebaut haben. Und ich glaube, dass wir da einen ganz tollen Wagen haben, der also für viele, viele interessant wird. Clubs werden begeistert sein davon. Kann ich mir vorstellen, so begeistert wie Sie sind, denke ich mal, dass das auch ein tolles Stück ist. Das ist eine super Geschichte. So, nun wird es etwas größer. Es wird eine BR-118 angeboten von Pico. Die Gestalt ist ja gar nicht. Feines Teil. Ja, also wir waren, einmal waren wir sehr erfolgreich mit der BR-132, die ja letztes Jahr rausgekommen ist. Und obwohl wir natürlich eine ganze Menge Gartenbahnfreunde haben, die gesagt haben, ja, warum bringt ihr denn nicht auch mal wieder was für den westdeutschen Markt und jetzt kommt ihr schon wieder mit einem DR-Modell raus. Aber die BR-118 ist einfach so eine tolle Lok, so eine tolle Diesellok und wir haben uns gedacht, die müssen wir einfach mal machen. Und ja, da steht sie. Wunderschönes Modell, muss man wirklich sagen. Also ich denke, der wird auch wieder sehr reißend, also Absatz finden. Aber das sind einfach Kult-Lokomotiven und ich denke, das ist die Modellbahner, wenn happy seid. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, dann haben wir noch eine Diesellok, die BR-102.1, das ist eine TT-Lok. Die Gartenlaube, Fußbank, was da alles so von nahem rumkursiert sind. Ja, die 102, die Gartenlaube, die haben wir jetzt auch ins Programm aufgenommen. Im TT-Bereich wird schön detailliert sein, ist eine Kult-Lok auch und ich glaube, wir werden hier relativ viele Freunde mitfinden. Man muss auch dazu sagen, die gibt es aber auch schon H0. H0 haben wir sie letztes Jahr schon ausgeliefert und war auch ein gutes Modell, ist gut angekommen. TT ist natürlich ein bisschen kleiner, hat ein bisschen weniger Platz, wird mit Sound schwierig sein. Aber ich glaube, die fährt auch so ganz gut. Aber trotzdem ist es beeindruckend, gerade bei diesem kleinen Modell, muss ich sagen. Was mich immer beeindruckt, dieses hintere, wie sagt man, Laufgitter, wenn man zum Fahrerhaus rauskommt, das ist auch noch freistellend bei TT, ist ja unglaublich. Ja, also unsere Entwickler sind da schon ziemlich gut und das Anspruchsniveau ist in den letzten Jahren im Hause Pico gestiegen und natürlich auch bei unseren Kunden und das wollen wir auch befriedigen. Also kann ich nur bestätigen, die Lok ist wirklich dufte. So, dann gibt es die Baureihe 247 Vectron, die Diesel Vectron. Die Diesel Vectron haben wir, glaube ich, auch. Wann kommt die denn raus? Ist die jetzt schon rausgekommen oder kommt die erst? Die ist, glaube ich, schon unterwegs, die Diesel Vectron. Die ist, glaube ich, auch schon unterwegs. Also wir bringen die ja mit diesem Leopard, der vorne lauter elektrische Teile hat und hinten dann in den normalen Leoparden übergeht. Man kann darüber streiten, ob das schön ist oder nicht. Aber der Druck ist toll geworden, sieht super aus, gefällt mir persönlich sehr gut und ich glaube, wir werden da auch viele Freunde finden. Bei der Vectron sowieso, bin ich mir ganz sicher. Ja, glaube ich auch. So, last but not least, wir haben noch eine Dampflok, die Baureihe 82. Darf ich helfen mit der Artikelnummer? Steht nicht auf dem Spickzettel? Ja, keine Ahnung, das ist die N82, die Baureihe 82. Eine Wunschschlok von vielen N-Bahnern hat es bisher noch nie gegeben. Wir haben ganz am Anfang, als ich Pico gekauft habe, da im 92 sind wir, glaube ich, 93 oder 94 sind wir mit der H0, mit der Baurei 82 damals rausgekommen oder 95, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, bis heute hat sie noch niemand gemacht und jetzt haben wir sie in Angriff genommen. Sie sehen die ersten Abspritzlinge, sehen Sie nachher, können Sie sich mal anschauen. Ich bin begeistert von der Detailtreue her, von der Feinheit der Leitungen und den Aufstiegsleitern. Sie haben einen Durchblick durchs Führerhaus, eine super Lok geworden. Also auch Nicht-N-Bahner werden einfach hin und weg sein von der tollen Lok. Jetzt staune ich aber, dass die Lok noch niemand in Angriff genommen hat. Das wundert mich jetzt doch. Ja, nun, es ist eine DB-Lok. Also ich meine, es gibt ja einige Firmen, die durchaus im Bereich der DB was machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben es gemacht. Das ist die Hauptsache. Finde ich ganz großartig, dass ihr das macht. Jetzt müssen wir aber mal hinten rum gucken, wie weit das Team schon ist. Sie rätseln noch, sie rätseln noch, sie rätseln noch. Finde ich ja ganz große Klasse. Machen wir weiter. Liebe Modellbahnfreunde, Moment. Jetzt hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich bin fix, ich bin fix und fertig. Ja, ich habe es gelöst. Was war? Hat er einfach aus seinem Blatt alles vorgelesen. Liebe Modellfreunde, ich muss jetzt erst mal unterbrechen hier an der Stelle. Ihr Team ist spitze. Danke. Warum? Haben Sie die Aufgaben gelöst? Die haben die Aufgaben gelöst. Ich bin fix und fertig. Mein Team versucht immer, alle Aufgaben zu lösen. Das kommt letztendlich auch unseren Modellbahnfreunden zugute, dass wir gute Qualität zu einem guten Preis ausliefern. Und das begeistert eigentlich jeden. Herr Budich, Zustimmung. Ja, Zustimmung. Aber wieso jetzt steht hier auf dem Spickzettel mehr als ich habe es gewusst. Er hat natürlich was ganz was Tolles, hat er nicht erwähnt. Und zwar werden wir im H0 Bereich mit dem Schienenbus, mit einem Schienenbus rauskommen. Und zwar dem sogenannten Retter der Nebenbahn, VT 98. Wird eine super Geschichte, stromführende Kupplung, Innenbeleuchtung, Plax 22. Das ist unmöglich. Natürlich ist das unmöglich. Nein, das ist toll, aber ich bin noch über den Spickzettel hin und weg. Ja, ich habe ja gute Leute, die bereiten das alles für mich vor. Weil, da kann man ja nicht alles immer wissen. Also, mein Produktmanager, die wissen das natürlich alles. Die können ihnen hier stundenlange Vorträge machen. Das glaube ich sofort. Aber bei mir, naja. Okay. Wollen Sie noch mehr Spickzettel sehen? Ich habe da schon noch mehr dabei. Vorträge 8, 9, E10, 3 hatten wir, ET 22, NS 2200. Die haben wir vergessen. Diesellok für den holländischen Bereich. Ja. Basiert auf einem amerikanischen Modell, haben wir letztes Jahr in N rausgebracht, kommt jetzt in H0 mit auch wieder tollen Handstangen außenrum, Plax 22, vorbereitet für Sound. Übrigens, unsere Sounds sind, glaube ich, hervorragend, gerade in der letzten Zeit. Die nehmen wir selber auf, samplen sie selber, kommen auf den Decoder und gerade zum Beispiel V6, zwei Motoren, zwei unterschiedliche Motoren, Cummings-Motor und der andere, weiß er nicht, ich auch nicht. Gott sei Dank, ich habe jetzt schon einen Schreck gekriegt. Messwagen haben wir gehabt, die 118 haben wir gehabt. Sehen Sie, Sie haben alles Wichtige genannt. Bis auf den Schienenbus, den hat er vergessen. Aber das ist natürlich ein Westmodell. Super Schienenbus. Liebe Modellmann-Freunde, das ist natürlich immer live, was wir hier machen. Und ich weiß, dass der Doktor immer so ein paar Sachen parat hat. Ich versuche Ihnen immer beizukommen, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Aber ich muss jetzt noch mal zur Auflösung kommen. Oder wollen wir es hinterher machen? Nein, wir machen erst die Zuschauerfragen. Wir machen das Spannende hinten raus. Wir haben natürlich auch Fragen bekommen zu PIKO, weil wir die Gelegenheit haben, die hier an Ort und Stelle live und in Farbe zu senden. Da gibt es eine Frage von Martin Prieps aus Hamburg. Der fragt, wird es weiter tschechische, slowakische Modelle geben in H0? Ja. Gut, damit ist die Frage beantwortet. Ich glaube, ihm auch das Wort. Wir haben eine ganze Reihe von tschechischen Modellen. Und Tschechien ist ein wichtiger Markt für uns. Wir haben sehr viele Freunde da drüben im H0 und auch im TT-Bereich. Natürlich werden wir entsprechende Modelle auch für diesen Markt machen. Die nächste Frage von Arnhard Capitanio aus Treusdorf. Der fragt, warum werden immer nur AC-Loks mit Dekodern angeboten? DC-Loks muss man selber nachrüsten. Mehrfach nachgefragt, keine Rückmeldung. Huch. Huch. Warum haben wir keine DC-Loks mit Dekodern? Weil es erstens mal sehr einfach ist, einen Dekoder in die Lok reinzustecken. Die haben alle ihre Schnittstellen. Das ist völlig problemlos möglich. Und zum anderen gibt es halt eine ganze Reihe von Kunden, die nur einen Dekoder haben wollen. Und es gibt natürlich auch Kunden, die einen Sound-Dekoder haben wollen. Wenn wir jetzt die Loks mit Dekoder ausrüsten würden, dann müssten ja die Leute, die dann den Sound-Dekoder haben wollen, den Dekoder wieder wegschmeißen. Bei einer AC-Lok brauche ich ja ein Steuerelement. Früher hat man einen sogenannten Fahrtrichtungsumschalter gehabt mit höherer Spannung drauf. Und dann musste das ja gelöst werden. Und darum muss man eigentlich AC-Loks grundsätzlich mit einem Dekoder ausstatten. Sonst müsste man einen Fahrtrichtungsumschalter machen. Der kostet fast genauso viel wie einen Dekoder. Und dann macht man gleich einen Dekoder. Und im analogen Bereich ist das halt nicht so der Fall. Oder umgekehrt, ich kann relativ einfach einen Dekoder reinstecken, Gehäuse rauf, Dekoder rein, funktioniert. Dann gibt es eine Frage von Herrn Rockstroh aus Saalfeld. Also ganz aus der Nähe von Sonneberg. Warum wird denn in den kleinen Loks kein Energiespeicher verbaut? Kleine Loks, Energiespeicher. Problem mit kleinen Loks ist, dass sie? Klein sind. Genau. Und wenn man eine kleine Lok hat, hat man halt verdammt wenig Platz da drin. Wir machen jetzt bei den neuen Modellen, zum Beispiel bei der NS2200, da gibt es einen Pufferkondensator. Bei H0 ist das natürlich eher möglich als bei N. Da, wo es geht, wo wir Platz haben, werden wir es vermutlich machen. Aber klar, es ist halt eine N-Lok oder eine kleine Lok oder auch zum Beispiel die Gartenlaube. Das ist ja im TT-Bereich, haben wir ja gesagt. Da ist einfach kein Platz drin. Da können Sie auch keinen Platz für den Sounddecoder oder für einen Lautsprecher reinbringen. Und die Probleme, übrigens bei der N-BR82, obwohl die so klein ist, da werden wir einen Platz für einen Sounddecoder haben und einen Lautsprecher. Wir haben einen super Sound dafür. Ich habe die Muster gesehen. Richtig toll laut, gute Qualität, sehr zufrieden. Also es geht manchmal, manchmal geht es halt nicht. Also muss man damit leben. Ein Stefan Ehrenfried aus Schwäbisch Hall fragt oder sagt erst mal, großartiger Eisenbahnhersteller, Top-Loks und Wagen in der Spur H0. Wenn, das soll sich wann heißen, wann kommt die Taigertrommel BA120 der Deutschen Reichsbahn? Es gibt auch noch ein Jahr 2018 und ein Jahr 2019. Sehr diplomatisch geantwortet, also aufgenommen. Okay. Ein Philipp Möller aus München fragt, könnte der Talent 2 als Werten-Felsbahn herausgebracht werden? Ja. Dann wären wir durch. Okay. Also, Herr Philipp Möller aus München, kurze, knappe Antwort. Wir sind ja auch jetzt fast durch. Nun möchte ich natürlich auch das Rätsel lösen. Ich bin jetzt mal ganz fair. Der Doktor hat keine Zeit gehabt, mit mir hier bei dem Gespräch das zu machen. Aber das Team hat wunderbar gearbeitet. Er darf es auch vorlesen. Pikolöchen. Pikolöchen. Ah, das ist die kleine Piko. In N, BA82, Pikolöchen, neuer Spitznarbe. Super, toll. Ohne Fleiß kein Preis. Ein Pikolöchen. Aber den kann ich jetzt nicht aufmachen, der ist warm. Ja, stellen wir mal einen Kühlschrank, kriegt man es später. Wenn ich den jetzt aufmache, Dusche haben wir keine hier. Nee. Klebt dann alles. Macht es später, wenn es kalt ist. Ja. Es war wie immer eine große Freude, bei Piko Gas zu sein. Wir müssen uns jedes Mal was einfallen lassen. Wir werden ja getrieben von den Zuschauern. Die erwarten von uns immer was. Der Doktor lässt sich was für nächstes Jahr einfallen und ich auch. Vielen Dank, Herr Buttig. Vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche Ihnen ein schönes Modellbahnjahr. Mit Pikolöchen. Prost. So, liebe Zuschauer, das nochmal von mir zum Schluss. Sämtliche Neuheiten finden Sie natürlich auch auf den Webseiten von Piko und natürlich auch bei modellbahnshoplippe.com und dort können Sie übrigens auch diese hervorragenden Modelle bestellen. Ich bedanke mich ganz herzlich, lieber Doktor, bis zum nächsten Mal. Herr Buttig, vielen Dank. Schönen Tag noch. Tschüss.